Stell dir vor, du könntest jeden Traum träumen. Wohin würde er dich führen? Würdest du Risiken angehen? Würdest du Dinge anders machen, als du es gewöhnt bist? Abenteuer erleben und herausfinden, was für dich wichtig ist. Was ist mit den wahren Helden, den Träumen und Entdeckern? Sie bringen die Welt in Schwung. Ich hoffe, ich bin einer von diesen Personen. Diese Entdeckung ist meine Motivation. Ich möchte Menschen inspirieren, für das Unerwartete offen zu sein, zu spielen, etwas Neues zu wagen. Es gehört zu meiner Persönlichkeit, auszubrechen und nicht müde zu werden, neue Dinge zu erforschen. Wir würden die Wunde des Lebens, diese kleinen magischen Momente, nur denn vollständig verstehen, wenn wir das Unerwartete zulassen. Ich liebe es, Abenteuer zu erleben und durch diese neuen Erfahrungen die Welt mit anderen Augen zu sehen. God bless. Euer Rei Ja. Höлю